Herzlich willkommen hier zum Unboxing von Tosh Pyro Bestellung. Es waren insgesamt drei Pakete von Tosh Pyro und davon waren zwei Überraschungspakete dabei. Einmal das Überraschungspaket Raketen, einmal das Überraschungspaket Batterien und zu guter Letzt noch meine kleine Bestellung von Tosh Pyro. Aber wir fangen jetzt erst mal an mit einem separaten Video von dem Überraschungspaket Raketen. Viel Spaß dabei. Nicht wundern wir sind hier in meiner kleinen Pyro Werkstatt. Da haben wir einmal hier Tosh Pyro googeln. Ach da lassen wir uns überraschen von dem Teil. Irgendwo hier hatte ich auch mein Messer gelassen. Sechs Stück enthalten. Mit der Idee von Tosh. Einen kleinen Paketenbeutel. Nicht schlecht. Wird auf jeden Fall ein Testvideo folgen. So dann haben wir hier die Braxstar Rockets von Firestar. Geisha. Hatte ich auch noch nie. Mal gucken. Als nächstes bekommen wir hier von Explode die Swirl. Auch erstmalig in meinem Besitz haben wir eine sagenhafte NM von 120 Gramm auf sechs Stück. Wenn man rechnen kann, ich weiß wie viel jeder Einzelne hat. So als nächstes haben wir hier die Tosh Pyro Airworms. Direkt auch wieder von Tosh Pyro. Wir haben hier eine NM von 60 Gramm auf fünf Stück. Nach Adam Riese weiß auch jeder, was da drin ist. Ich will es nicht mal extra erklären. Macht die Videozeit nur unnötig lang. Huh, wahnsinnig. Baby Knisterraketen. Naja, nicht schlecht. Für Spaß zwischendurch. Uiuiuiui. Jetzt haben wir hier das. Kann man es richtig lesen. Das ist Doc Fight. Das kommt von... Wer es findet, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben wir eine nette Explosivmeiße von 135,6 Gramm. Auch erstmalig bei mir. Wie gesagt, über jedes Rakettensortiment wird bestimmt ein separates Video auf meinem Kanal folgen. Die Tosh Rockets mit den Totköpfen. Nice. Auch in einem netten Sargkarton. Nicht schlecht. Fünf Stück. Mit einer nette Explosivmasse von 98,1 Gramm. Da lasse ich mich mal überraschen von den Dingern. Definitiv. Ein Video. Und so, da ihr euch gut recht haben wir hier noch ein Familiensortiment. Sieht aus wie von Xplode. Oh, haben wir geile Raketen dabei. Und zwar das Megapack von Xplode. Schöne dicke Raketen. Mal sehen was da drin ist. Ein paar Feiervögel. Ein paar Böller. Und ein bisschen Kalt 1. Ja, ich sag mal so. Nicht schlecht für ein Rassungs-Paket im Wert von 50 Euro. Ich glaube, der Preis ist hier gerechtfertigt. Wie gesagt, ihr könnt hier unten in die Kommentare schreiben, ob der Preis wirklich gerechtfertigt ist. So, das war das Überraschungs-Paket Raketen- und Leuchtsortiment. Dankeschön. Euer Pyro-Plasian.